Ich hab schon mal die Quest angehört, wir müssen ja jetzt an die Oberfläche. Ich kenn das ja schon. Ich warte auf die Biene, die Biene. Du musst ja zu Laura gehen. Ja, ihr müsst einfach nur den Weg hier hochlaufen, dann kommt ihr zu mir. Oh, da kommt ja schon die Genie. Hallo. Hallo. Zieh dir mal was an, Mensch. Du holst noch ne Erkältung. Ja, du bist was? Ja, ich bin auch so, keine Ahnung, ich hab so ein lila Teint oder so. Bevor man so richtige Schlachten machen kann wie bei League of Legends, da muss man die ganzen Quests hier machen. Guck, ihr habt alle so ne schöne Hautfarbe, nur ich nicht, ich bin so ein Alien irgendwie. Weit, weit hochleveln, ja? Dann guck mal wie, wie, wie ich aussehe hier. Guck mal. Du siehst voll süß aus. Die schönste Hautfarbe hat hier immer noch, äh, ziehen ja die Biene. Also wir, auch so die beste Hautfarbe. Ja, die ist auch echt heiß. Aber mit dem Quest an dem versteht man auch nicht. Jetzt müssen wir an die Oberfläche gehen, ne? Ja, da müssen wir dann hier hinten hin. Ja, warte, warte, warte. Puh, die hast du's nur rausbekommen. Ja sicher, alles läuft. Merkt man. Pass mal auf, der ist schneller pro in dem Spiel als wir, ne? Ich bin ja schon Level 10, ich weiß ja schon, was ich machen muss. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt zu der Inokia Schlucht, oder wie sich das nennt, Inokia. Basis 1, 2 oder 3? Ja, Basis 1. Basis 1. Okay. Wir können natürlich doch gerne, wenn wir das länger zocken, irgendwas im Inventar, im Itemshop kaufen, ne? Also, wer Geld dafür ausgeben will. Heiß Haasen-Kostüm. Oh, ja. Also, ich hab jetzt ein schönes Bild. Rechts sieht man eine Dame, die ihr BH ausgezogen hat, aber jetzt ratet mal, was verpixelt ist. Ja, die Nippe, oder die Brüste generell. Ja, das hat auch schon was Bild. Man kann ja, im Itemshop kann man sich ja was kaufen, dass man so die Dessous ändern kann. Alter, was muss ich jetzt noch machen? Ähm, du hast jetzt unten, bei dir müsstest du unendlich wieder was Blaues aufploppen. Ähm, wo du dann erstmal einfach weiter klickst und das beendest. Ah, bei mir steht da, äh, Pestkäfer töten. Genau, das müssen wir jetzt auch erstmal machen. Juhu! Hier steht immer noch Reise nach Inokäfer. Ich weiß gar nicht, gilt jetzt Pestkäfer, äh, wenn ich die jetzt mittöte. Ja, okay. Wenn du die tötest, dann zählt das für uns alle. Echt? Aber ich glaub, wir warten jetzt erstmal, bis wirklich alle auch hier bei uns oben sind. Ja, ich stehe jetzt auf dem Teleporter neben Frau Holle. Achso, okay, gut. Ich drücke immer Reise auf Enoria und die, die rennt hier. Und du siehst ja die fetten Krallen? Hast du das gesehen? Nee. Genau so ging es mir auch. Jetzt hab ich das Fenster geschlossen. Geh mal wieder runter und wieder drauf. Siehst du die jetzt? Lol, das ist ja mega. Musst du auch solche Dinge haben. Ey, wartet doch mal bitte, ihr macht jetzt die ganzen Quests fertig. Äh, und die beiden sind aber noch nicht mal hier. Ja. Poutinschen ist schon Level 2. Siehst du? Ich noch nicht. Lol. Ich bin Level 2. Da hab ich irgendwas mit Basis 1 angeklickt. Oder das Poutinchen ist auch Level 2. Genau, Basis 1, genau. Dann müsstest du jetzt theoretisch hier auftauchen bei uns. Da wirst du doch. Miss Universe ist da. Jetzt fehlt aber noch Ninja. Ja. Nee, Genie ist auch da. Nee, nee, ich bin hier. Weil gerade stand, dass die Mama mich rausgeklickt hat. Da stand, Mutter hat die Verbindung unterbrochen. Jetzt ist es. Halle ist jetzt da. Ja, Genie ist jetzt im Team. Äh, die sind jetzt alle da. Nee, bist du auf Teenage? Ich eile, ich eile. So. Ja, jetzt ist Genie auch Level 2. Oder? Ja, weil ich gerade den Quest irgendwie abgegeben hab. Keine Ahnung. Ja klar, man kann die Quest ja abgeben. Das ist ja... Also muss man Kluftkäfer töten. Ja, man muss die ganze Zeit eigentlich nur Creeps kloppen. Das ist eigentlich am Anfang echt langweilig. Und ich hoffe, das verbessert. Also, ich werd's mit dem anderen Charakter noch ein bisschen spielen. Den ich habe. Ich hoffe, da verändert sich das so ein bisschen. Aber ich glaub eher nicht. Die haben sich da viel so konzentriert drauf, wie die Rundungen aussehen. Als... Wo sind denn die Pestkäfer? Hier direkt. Warte mal, hier noch nicht drauf rumschmarten. Was ist denn jetzt mit Mienchen? Kommt der noch? Kommst du noch? Der kommt, der kommt. Ich bin am Neustarten. Ich hab wieder eingeloggt. Scarlet Blade startet gerade. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder den Fehler. Hm. Die Mutter, die mag nicht. Man hört aber gar nichts davon, dass du am kommen bist. Wie war das? Das willst du nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hab die ganze Zeit den Keuschheitsgurt um den Mund. Und jetzt hier. Ja, los. Ich hab ja nur gesagt, ihr sollt nicht so die ganz übelsten Wörter in den Mund nehmen. Ich hab nichts davon gesagt, dass ihr nicht witzig sein dürft. Achso, okay. Und jetzt geht's los, oder was? Ja. Oh Gott, was hab ich getan? Ich hab sie entfesselt. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich mein, jeder hat ein anderes Bild von Humor. Und wie, was auch der sein kann. So, Sicherheitscode. Bam. So, ich hab sie fertig gemacht. Hast sie gut gemacht. Kommen wir zurück, oder was? Oder wie? Ne, du kannst deine Quests noch abgeben. Du hast ja unten sowas blaues da jetzt stehen eigentlich, Kevin, oder? Ja. Oder Frau Holle. Genau, da klickst du drauf und dann... Kevin oder Frau Holle. Ist doch... Da ist doch irgendwie das Unterschied. Luna verbindet direkt jetzt hier. Wählen. Ja, das Ding ist, weil er muss dann die ganzen Quests ohne uns machen, weil er sie ja jetzt nicht mitkriegt, ne? Genau. Ich warte dann jetzt. Und ich schaff's ja noch nicht meine zu aktivieren. Ich hab jetzt hier noch zwei Ausrufezeichen. Aber ich hab ne... warte mal. Es gibt nur ne andere Möglichkeit. Werden wir stehen? Miss Universe, oder hier wer auch immer. Oder Frau Holle. Ja, nein, Alex. Warte mal. So, warte mal. Krieg ich jetzt nen Escort Service? Wir waren noch am Anfang, oder? Ausstattung prüfen. Flüstern, handeln, folgen. Richtig. Ist dir jetzt irgendwie so ne... so ne... so ne... so ne... Kampfansage gemacht oder sowas? Er ist ein Miss Universe. Ist der eine von uns? Miss Universe? Du bist gerührt? Ja, ja. Ja, das hab ich dann gemacht. Oh, ich bin gerührt. Mhm. Geil. Okay. Ihr müsst mal auf Skill klicken und dann auf... oder erstmal ins Inventar gehen. Ähm, dann müsstet ihr da eigentlich so drei Sachen haben wie, äh, hier, ich kann auch grüßen. Oder ich kann mich auch hinsetzen. Sehr graziös. Wo findet man das denn? Äh, also im Inventar müsstest du... hast du das Rechtsklick drauf gemacht? Dann hast du die ja aktiviert. Und dann musst du unten unter Skill klicken. Wo komm ich ins Inventar? Pascha? Die Quest nicht angenommen. Also du musst auf I, dann siehst du da ja eigentlich so drei Sachen. Äh, ne? Also eigentlich fünf. So zweimal so Tränke. Mhm. Und so drei von diesen Emotes. Und dann machst du mal Rechtsklick auf die. Ach so. Dann gehst du unten, hast du Skill. Und jetzt steht da hier aktivieren um bla 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 zu erlangen. Genau, ja genau. Einfach Rechtsklick mal. Jetzt drückst du K oder unten auf Skill. Dann hast du ja deinen Aktiv, Passiv, Spezial und Social. Ah. Und da könntest du dir auch unten in deine Schnelltasten ziehen. Dann kannst du halt einfach Rechtsklick machen. Dann grüße ich oder Cheerleader. Ah, okay. Oh, wir können sogar hier schon... Du hast uns gegrüßt gerade, oder? Man könnte dich auch Pinky nennen. Okay, von den Haaren sind eher lila, oder? Aber du hast sowieso komische Pinke. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Yeah, ich tanze. Ah nee, was war denn da? Was hast du da am Körper? Was ist das für ein Pailletten, oder? Du glitzerst so komisch. Das sind Schuppen. Ah, okay. Soll ich dir zeigen, warum? Mach mal. Ja? Ah nee, warte mal. Das war das Falsche. Das ist deswegen. Pass auf, Acker. Mein Gott. Head & Scholl, das kann helfen. Schleichwerbung. Dann setz dich mal. Siehst du? So. Gut. Das sieht auch cool aus hier. Also Leute, wollen wir denn jetzt hier nur irgendwie Kaffeekränzchen machen, oder? Bild abschlachten, ja. Wir setzen uns jetzt gerade hin und warten auch auf... Da geht nichts. Also ich kann das nicht reinlaufen. Du musst das oben noch anklicken. Ja. In die Basis 1. Und dann kannst du das auf Bewegen klicken. Ja. Basis 1... Leute, dachte... Ich komm mal, ich geh mal zu ihm zurück. Ich geh mal kurz zu machen. Dann gehst du noch mal rein und dann steht Basis 1, Basis 2, Basis 3. Und dann klickst du einfach auf Basis 1. Kannst dich da zurückkippen? Ja, das mach ich die ganze Zeit. Also ich... So kann ich. Ich stand doch genau... Ich stand doch auch drinnen und da war nix. Dann bin ich nochmal komplett rauszuhangen aus dem... Genau. Das geht. Aber ich kann nicht auf Bewegen klicken. Ich drück jetzt auf Bewegen und da passiert nix. Aber schließen kann ich aktivieren. Also es liegt nicht an meiner Maus. Bloß auf Basis 1 klicken. Jaja. Ja. Ne, das ist grau hinterlegt. Kann es sein, dass ich die Quest nicht angenommen hab, Leute? Was steht denn bei dir unten? Was steht denn bei dir eigentlich? Benutze das Portal, oder? Oder was steht da? Irgendwas in der Art müsste da stehen. Genau, richtig. Und dann geht dieses Portal Fenster auf und da steht dann Enoshias Schlucht Basis 1 bis 3. Und da musst du Basis 1. Und dann klickst du Basis 1 eigentlich an. Richtig. Leute, ich bin ein Mensch. Ich hab ein Hirn. Das geht nicht. Das ist grau hinterlegt. Lock dich mal raus und wieder ein. Wo denn? Irgendwie... Auf Escape. Geh mal auf Escape und sag mal... Wir gingen jetzt einfach mal auf Plan B. Erinnert ihr euch? Ja. Da wär ich dafür offen. Nein, Quatsch. Weiß ich über Plan B. Wir gehen auf Plan B? Na ja, ich weiß es. Was denn? Ist doch nicht so. Der Plan B ist super. Jetzt mal ehrlich, ey. Ihr habt keinen Plan, was Plan B ist. Plan B ist... Plan B ist Putin neu im PC zu schenken. Der steht hinter dir, Mann. Siehst du ihn nicht? Ich steh doch neben dir, Mann. Wo läufst du hin? Lappen. Kevin, blickst du es? Das haben wir doch eh besprochen. Nee, ich hab... Oh, Mann. Ich war grad geistig ablesend. Er ist das erste Opfer. Oh, Mann. Ich hab's gecheckt, ey. Ich schlau einfach. Wollts schon nicht richtig sein. So nun, Ben. Ach, jetzt machen wir die fertig, was? Tönet sie. Ja. Wenn du da langläufst, ist alles gut. Ja. Ich bin tot. Was jetzt? Was? Du hast den falschen Käfer angegriffen. Bist du irre? Nein, du darfst den Vulkankäfer nicht angreifen. Die explodieren und du bist tot. Ja. Hätte mir auch einer früher sagen können. Ja, hab ich ganz vergessen. Aber auch gleich. Greif doch die an, die du angreifen musst. Und ich irgendwelche anderen. Wir haben die doch schon alle fertig. Kluftkäfer. Ja, die müssen wir töten. Ja, ich hab welche gefunden. Wo seid ihr denn? Ja, ich bin hier. Ich brauche gerade welche. So, ich muss erst mal. Ja. Dreck in Rolle. Jetzt muss ich die töten. Ja. Wo sind die hin? Ja, das sind die lila Viecher. Ja, okay. Finde ich auch schön, dass die ganzen Creeps hier noch kein Aggro auf einen haben. Das finde ich ganz schön. Ja, das ist sowieso, ne? Du kannst die alle angreifen und keiner macht irgendwas. Ja. So, ich hab die Quest jetzt beendet. Tada. Und da kommt eine neue. Ah ne, jetzt Kluftkäfer. Muss ich noch einen töten. Puttienchen, Panther. Da steht noch eins. Das killen kannst, ne? Ähm, jetzt müssen wir irgendwie Spiralen, Liana, untersuchen. Jetzt bin ich wieder gierig da durchgelaufen, Mensch. Auch noch ein Kluftkäfer. Nur noch Pest. Ich muss jetzt... Ich untersuche die Spiral. Äh, Liana. Liana. Schauen wir noch einen. Ja du, Mongo. Das Bienchen steht ja auch schon da. Puttien tappelt, die rennt nicht, sondern die macht so kleine Hüpfer immer. Die geht so ganz fröhlich durch die Welt. Wo seid ihr jetzt hin? Er sieht total süß aus. Wo seid ihr jetzt hin? Lass mal, lass mal auf ihn warten. Ja genau. Ich geh da grad hin. Ich hab einfach den, äh, nochmal 5 töten. Naja, es ist wie gesagt, Creeps töten, Creeps töten, Creeps töten. Mehr kommt da nicht. Ich hab manchmal mit Fraps so klein immer so ganz kurz so'n, äh, Lack. Immer so, teilweise ganz kurz nur. Mini Sekunde, dann geht's wieder. Es kann eventuell wie gesagt da dran liegen, wenn du das, ähm, auf einer Festplatte hast. Also Fraps und da wo du die Dateien speicherst. Dann passiert das. Äh, das ist, nein. Ah. Nein, ich glaub, ich hab auf, auf meinem mekalen Datenträger E hab ich Fraps installiert. Und auf F speichert er die Movies. Das kann, das ist aber, das passiert mit keinem anderen Spiel. Das kann einfach hier an dem Spiel liegen. Also, ja. Naja, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf und haben eigentlich nur dumm rumgelabert? Ja. Das war alles informativ, aber reinst informativ. Ja. Also, das stelle ich jetzt in Frage hier. Ne. So, ich geh jetzt mal auf die Reparaturdrohnen hier los. Ah, ja. Ich bin jetzt mal auf dieses Autolaufen gelaufen gegangen. Wo bist du? Also, ich hab erstmal diese Reparaturdroh- Ah, ja doch, klar. Man muss irgendwie Kommunikationskabel sammeln, kann das sein? Ja, das ist, man muss halt diese Reparaturdrohnen kaputt schlagen. Ich erschieße ihn. Jetzt bin ich fertig. Wo seid ihr hin? Ich bin auch fertig. Seid ihr hier runtergerannt? Dann komm ich jetzt. Ah, du siehst ja die Karte. Sieht man da eigentlich seine Teammates? Ne, ne? Ne, leider nicht. Find ich auch ein bisschen schlecht. Dann gibt's das Spiel eigentlich schon. Weiß ich noch gar nicht. Jetzt muss ich zum Terminal. Also, ich bin jetzt hier, wo wir uns eben getroffen haben. Ich bin Level-Oper. Ihr könnt auch auf K skillen. Dann bin ich jetzt runtergerannt. Nur mal als kleiner Tipp. Ihr könnt auf K auch skillen. Jetzt. Ihr habt ja, ihr seid ja Level aufgekommen. Und auf K könnt ihr dann passive, aktive halt. Ja, passive, aber aktive kann ich bei mir noch nicht machen. Doch, du müsstest eigentlich schon deine zweite, deine ganz links, deine zweite Fähigkeit müsstest du skillen können. Also bei mir zumindest geht das. Ich weiß ja nicht, mit wie viel Fähigkeiten hast du da eben gestartet? Mit einer oder mit zwei? Ähm, weiß ich jetzt nicht auf jeden Fall. Achso, du bist ja noch Level 2. Ja, du musst Level 3 werden. Achso. Wieso seid ihr schon Level 3? Okay. Ja, weil wir die Quest hier abgegeben haben. Ah, hier vorne. Ah. Welches Level bin ich denn? Wo sehe ich denn da? Ich bin aus Level 2. Jetzt frage ich mich aber schon, warum Puti gerade am rumstöhnen ist. Oh Mann. Ja, das ist so ein Spiel, ne? Ich denke, den Menschen hätte das ja gerade mitbekommen, dass es ja irgendwie Probleme gab. Und ich hab grad so richtiges... Oh nein... Ich hab grad so richtiges so... Puti, wir müssen dringend mal zusammen zocken, Alter. Ich schmier's lieben gerne an. Das kann nur... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaub, Panther und Pudi können auch alleine weitermachen. Das P-Double. Wir brauchen uns gar nicht mehr. Wo ist denn hier die komische Spiralen, Leanna? Was ist denn das für ein Scheiß? Klick doch einfach da drauf, dann wirst du da drach hingewiesen. Ja, die rennt ja nur hin und her. Das ist es ja. Hier, guck mal, guck mal, hier vorne. Hier. Da. Da, das Ding anklicken. So blaue Pilze. Nicht essen, aber dran klicken. So. Guck mal, muss ich denn jetzt mal in die Kasseta ruft den Skillbaum auf. Das hab ich doch erst gemacht. Ja, muss halt nochmal machen. Toll. Wow, Quest erfüllt, weil ich K gedrückt hab. Ich bin so cool. Ja, ich auch. So, jetzt müssen wir hier Sporenprossen töten. Sporen... Sprossen. Das ist ja Kommunikations-K... Kommunikation müssen wir jetzt sammeln irgendwie. Wir haben hier keine Ahnung. Wir haben hier keine Ahnung. Ja, ich bin so gut. Und ich bin so gut. Ich bin so gut.